ok aber wenn wir das ding jetzt hierhin stellen ok das holt ihr tatsächlich Lithiumverarbeitung haben wir ich würde mal sagen ich wünsche dir viel Spaß beim einsamen die Dinger die werden auch nie im Leben hinterher kommen das werden die nie schaffen allein hier oben können wir ja schon fast hinter jedem strommaster ding bauen und selbst dann wird das nichts wir brauchen als nächstes Lithiumbatterien genau da geht schon irgendwas zum bruch dankeschön auch Batterien Lithiumperchlorat Lithiumcobaltoxid Carbon Kunststoffstangen leck mich am Arsch das ist echt unglaublich gut muss weiter gehen ich meine wir haben ja jetzt schon Blut um Wasser geschwitzt wir wollen natürlich aber auch irgendwann expandieren werde ich es bereuen vermutlich aber irgendwann müssen wir ja starten weil die aliens werden halt auf Dauer immer aggressiver und sagen wie wir nichts machen dann können wir echt Probleme bekommen grüne Brocken stehen sowieso auf der Liste so welche Würde ganz gerne ganz gerne hier oben ein bisschen was sehen hier oben ein bisschen was sehen wie gut das war unsere Roboter haben na seit mal hier so 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 da kommt es dran oh da kommen die nächsten da haben wir da haben wir wie weit kommt denn wir hier noch können sie das auch weg machen können sie das auch weg machen das wäre echt geil so 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 hier ihr kümmert euch von denen da hinten so wir könnten das hier nochmal verstärken so so boah die Nester halten aber auch extrem was aus jetzt 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 so 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 okay unicomp das das hier grüne brocken rot rot noch mehr grüne brocken also wenn es nach mir gehen würde ich weiß das geht es hier meistens nicht mach die platt alter wieder ich würde schon ganz gerne ich würde schon ganz gerne das lässt die Uhr auch glatt machen aber oh 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 das ist hier nur ein kleines Nest da kommst du sogar ran so na gut bis du das Nest da durch hast äh komm kriegst du da mal ein bisschen Unterstützung wir wollen ja mal nicht so sein oder? los komm das nächste mal Platz machen und dann soll es das gewesen sein oder auch nicht oder auch nicht oder auch nicht oder auch nicht da kommen die Rächer ah shit shit so könnt ihr das Ding mal nach dort verschieben und dann gucken wir mal das war runter so runter so 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 damit kann man sich jetzt schon mal deutlich sicherer fühlen damit kann man sich schon mal deutlich sicherer fühlen auch so hierzu so 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 das reicht genau hier ein schönes feld da eins und da eins und da eins was ist das hier? Hatten wir es schon? das Eisenerz? Oh geil! das, das, und das aber es ist kein Unikum dabei, das zusammen und das hier unten auch noch dazu dazu das und das und das sehr schön dann brauchen wir hier unsere Aufräumbrigade seht zu, seht zu mal schön aufgeräumt hier so, Unicomp hatten wir da noch 32, das heißt aber auch nicht wirklich viel wir haben da noch ein ordentliches Eisenfeld ein kleines Kohlefeld noch Wolfram Erz, noch ein Eisenerzfeld und ihr wisst nicht wohin damit oder was? seid ihr hier voll oder was? oh oh äh schlecht 1-80 Tonnen-Schlaggeräte schweig, 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 schweig so, dann bitte oooook oookay das ist der Wahnsinn! wow einfach nur wow einfach nur noch wow aber ich denke mal, das soll es gewesen sein ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid ich war der Opa und sage tschüss bis zum nächsten Mal! bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal